Wie gehören Sie zu den Leuten, die angeblich niemals Zeit haben? Dann sage ich Ihnen auf den Kopf zu, Ihnen mangelt es nicht an Zeit, Ihnen mangelt es an Selbstbeherrschung. Denn jeder Mensch, ob arm oder reich, hat Tag für Tag exakt 86.400 Sekunden zur Verfügung. Und je klüger und disziplinierter Sie diesen Zeitvorrat nutzen, desto eher kommen Sie dazu, Aufgaben zu erledigen, die Sie im Moment nicht anpacken, wegen angeblicher Zeitnot. Wollen Sie Ihre Selbstbeherrschung steigern? Und zwar auf eine verblüffend einfache und ultrabequeme Weise? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Kursus Selbstbeherrschungstv. Steigern Sie Ihre Selbstdisziplin so bequem und einfach, dass Sie zum Durchhalten keine Selbstdisziplin brauchen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher